Keine Ahnung, ich trinke die Flasche immer leer und dann brauche ich das nicht. Keine Ahnung, das stimmt nicht, oder? Funktioniert, habe ich schon ausprobiert. Quatsch. Eigentlich ist es so, wenn ein Teil Insekt drin ist, ist das ein Ausgasungspunkt. Also ich könnte mir eher vorstellen, dass die Kohlenseire dadurch rausgeht. Okay, noch nie gehört und auch noch nie ausprobiert. Das ist korrekt, macht meine Oma heute noch. Habe ich noch nie probiert. Also weiß ich nicht, kann sein, ich glaube es nicht. Da gehört ein guter Sektverschluss drauf, dann hat man auch viel Freude am Sekt. Oder am besten gar nicht stehen lassen, sondern leer trinken.